Positive Space ist für mich letztendlich gebaute Freiheit, wo ich flexibel agieren kann, wo ich alles tun und machen kann, was ich möchte und wo ich möglichst wenig eingeschränkt bin. 2004 sind wir in Finnland gewesen mit der Familie und Philips ist mir sehr aufgefallen, damals schon als sehr innovatives Unternehmen. In dem alten Gebäude haben wir zehn Jahre gesessen. Wir haben im alten Gebäude den Philips Tower, wie wir ihn liebevoll immer genannt haben, mehr oder minder in einer klassischen Zellenstruktur gesessen. Das andere war wirklich so Old Fashion Style. Man hat so da das Gefühl gehabt, irgendwo in so einem Schachtelturm zu sein. Manchmal hat man einige Kollegen wochenlang gar nicht gesehen. Das hat sich natürlich komplett verändert, weil wir natürlich in eine komplette offene Arbeitsstruktur jetzt gegangen sind mit dem Umzug. Die Mitarbeiter werden immer sehr früh mit eingebunden in unseren Projekten. Viele Mitarbeiter können sich da nicht reindenken und hatten natürlich Angst, so das ist alles offen und da kann ich nicht arbeiten und es ist laut. Wichtig war einfach den Mitarbeitern die Angst zu nehmen. Für uns sehr, sehr wichtig war das Thema Akustik. Folglich war auch das Thema Teppich sehr, sehr entscheidend und entsprechend wurde auch nach Produkten Ausschau gehalten, die entsprechende Absorptionswerte nachweisen können und da sind wir auf das Unternehmen Interface gestoßen. Wir haben das Gebäude ja so oft geplant, dass jede Etage ein Thema hat, ein Hamburg relevantes Thema und sehr, sehr wichtig natürlich, dass wir den Bodenbelag auch dann in dieses Farbkonzept gut einfügen konnten. Dort haben wir gemeinsam mit der Firma Interface neue Farben entwickelt. Wie identifiziere ich mich am besten mit dem Gebäude, indem ich ihm einen regionalen Bezug gebe, zum Beispiel im ersten Geschoss das Thema Stadt am Wasser. Hier findet man Strandkörbe, fliegende Möwen oder eben auch die Lagerhausromantik beispielhaft dargestellt. Kultur steht natürlich hier für Reeperbahn, für Kiez. Wir sitzen hier im grünen Bereich, das steht für die Parks in Hamburg. Erinnert mich einfach sehr, sehr stark an die Natur, die Birkenstämme, sehr stark an Finnland, sodass man hier das Gefühl hat, rauszukommen. Wir geben ihm den Raum, kreativ und innovativ tätig sein zu können und das ist einfach das, was Mitarbeiter schätzen. Meiner Meinung nach ist dieses Konzept sehr zukunftsträchtig und sehr zukunftsorientiert. Von daher ist Philips gut gewappnet für die Zukunft. Es ist anregend, es ist innovativ, es ist bunt, teilweise schrill, aber auch beruhigend. Das ist in jedem Fall eine positive Umgebung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020